So hast du eine Wäscheklammer noch nie benutzt. Dabei sollte diesen Trick wirklich jeder kennen. Doch vorher musst du noch etwas sehr Wichtiges machen. Schnapp dir dafür eine Wäscheklammer aus Holz sowie ein ätherisches Öl deiner Wahl. Gib ein paar Tropfen von dem Öl auf die Wäscheklammer, drehe sie ein wenig hin und her, damit das Öl hier richtig schön einziehen kann. Deshalb muss es unbedingt eine Wäscheklammer aus Holz sein. Stecke sie jetzt an deinen Duschkopf oder an deine Duschtür oder deinen Duschvorhang. Lege sie irgendwo auf einen Schrank, klemme sie an ein Handtuch, mache sie in einem Spiegel fest oder verstecke sie an irgendeiner Stelle, wo man sie nicht sofort sieht. So hast du eine geniale Duftquelle in deinem Badezimmer, die immer frischen Duft verbreitet. Und ich wette...